Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Musikkapelle ist angetreten, um drei weltbekannte Sportler zu begrüßen, die in Kürze in dieses Theater kommen. Hans-Joachim Kuhlenkamp. Grüß euch Gott, alle miteinander. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie zur Festaufführung unseres Vogelhändlers sehr herzlich willkommen zu heißen. Heinz Erhard. Nein, ich bin noch nicht der Vogelhändler, ich bin nur ein Eierlikörhändler. Wolf Alpachretti. Wir drei haben, wenn auch nur für kurze Zeit, zum einfachen Leben zurückgefunden. Sie sehen Ausschnitte aus dem neuen Wiener Mundus-Kurt-Ulrich-Film Immer die Radfahrer. Mit dem Rad, mit dem Rad, mit dem Rad, Kamerad, mit dem Rad, Kamerad, geht's hinaus. Drei Schulfreunde treffen sich nach 20 Jahren wieder und machen Ferien vom Alltag. Wie war's denn bei den Weihnachtsmännern? Die haben mich ganz schön allein gelassen. Ach, weißt du, mit 17, die passen doch nicht zu uns. Das zeige ich dir doch immer. Peter Kraus betört alle Mädchen. Komm. Auch die bezaubernde Kornikolins. Mit 17. Ja, mit 17 fängt doch erst das Leben an, das sonst noch so viel geben kann. Ich soll mir einen Vater aussuchen? Tja, wer kann das schon? In dem Alter ist es eine ganz schöne Strapaze. Ja, das kann man wohl sagen. Für meinen Mann natürlich weniger, der macht das ja immer in den Ferien. Waltraud Haas ist offensichtlich auf falscher Fährte. Und wo ist Herr Professor Büttner? Bei Frau Hopflehner. Wer ist denn das? Seine frühere Freundin. Ah, und Sie sind seine jetzige Freundin. Ja. Die gleichen Sorgen hat Medi Rahl. Hobbypapst betrügt uns. Mit wem denn? Er fragt doch nicht so dumm, mit wem. Mit einer Frau natürlich. Sie erleben tolle Situationen in diesem Lustspiel, in dem Hans Deppe großartige Talente einsetzt. Alte und neue Melodien und herrliche Landschaftsbilder machen diesen Film zu einem echten Erlebnis. Schaut einmal, wie herrlich es da unten ist. Und wenn es da unten so herrlich ist, was schleppst du es dann hier rauf? Was will, was will, was will ist nicht viel, denn ich will ja nur singen. Ein Film für Jung und Alt. Mit dem Rad, mit dem Rad, Kamera, mit Rad, Kamera geht's auch nach Haus. Immer die Radfahrer! Und auf dem Rad. Ich will ja auch nach Haus. Und wir gehen die Radfahrer. Und wir gehen die Radfahrer. Dann ho нач